Ich wollte ficken, sie auch, doch wir hatten beide wenig Zeit. Da meinte dann mein Zuhälter, versuch's doch mal bei E-Darling. Erst macht man so einen Idiotentest und dann bekommt man größere Idioten vorgeschlagen. Ich hatte dann halt angefangen, an hier rumzufummeln. Irgendwann merkte er, dass ich mit Transe bin. Und dann, wow, seitdem bin ich schwul. Ich muss schon sagen, E-Darling hat sein Leben verändert. Sie ist meine Frau Ellmann fürs Leben. Jetzt bei E-Darling.de anmelden, Persönlichkeitstest machen und Partnervorschläge bekommen. Kostenlos auf E-Darling.de